Willkommen zum Mega und Profisheim Gameplay und wir spielen heute ein neues Spiel, was ich erstmal hier noch verbessern muss, weil das hier nicht funktioniert. So, wir spielen heute Ashley Tistala schminken. Kenne ich die Fond? Ich glaube nicht. Das ist jetzt hier mega unprofessionell, das ist das Bild hier noch zu verschieben, aber das passt jetzt zu uns. Go. Okay, Enter, Enter Name. Äh, Möbel. Upplick. Oh, na, we serve das hier. Okay, okay. Okay, okay. Yes. Oh. Mm. Oh. Yeah. Okay. Mm. Oh, yeah. 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 Mm. Mm. Okay, hier ist das nochmal. Oh, wow. Oh, wow. Oh, yeah. Oh, ja. Oh, ja. Musik! Ok, das ist jetzt eh nie... Sieh, ziemlich anpassen! Ich mach diese Scherung. Um diesen Kamm. Soll ich hier nur so dreifach Klick auf deine Maus lasse, dann kann man sowas machen. So... Aber die... Also... Ich muss schon sagen, der Friseur ist schon gut. Da sah ich hier... Von blond zu dunkel, und jetzt zu blond und zu dunkel. Und die Haarlänge auch noch ändern kann. Es ist... Es ist so... Wie so braun... Braun! Und braun! Was kann ich? Was soll? So... Ich dachte, wir wären ja nicht. Wir wären erst da. So... Lipp... Oso... Lippstatt Lippstatt Ok, geht hier... Oh, Wahnsinn. Genau? Geht ganz so wahnsinn. Passt zu dir nach. So... Augen... Augen, T. hier... Ja, rot. Passt. Muss passen. Und wenn nicht, dann... ...nicht. Ja, komm. Voll drauf. Alles, was geht. Und... Und was mach ich hiermit? Ei, ei, also Auge. Ne, ich glaub, wir wollen doch die welche sein. Ne, rot sieht scheiße. Ne, so ein bisschen orange. Ja, das passt. Und hier... ...könzliche Hautfarbe aussehen. Okay. Ey, die sieht aus, als ob sie gerade irgendwie... ...kerado... ...die Geräusche sieht einfach so künstlich aus. Scheiße. Mach mal weiter, das können wir noch nicht weiter. Okay. Ja, so, komm. Und Sterne. Was häng ich jetzt mal in Sterne? Nase, Nase. Eins, zwei. Wir sind keine. Okay. Okay, dann kann ich mich irgendwie... ...atmierde Kiesings noch machen... ... und Auge... ... hier. Ich brauch aber keine Ahnung. Gut. Was können wir sonst noch machen? Ich glaube, das war's. Ich könnte eine E-Mail... ... oder B-M-E-S ... ... oder B ist ... ... Sandra. ... Sandra, die ... ... M-E-S... ... Sandra. Es ist ein Steven Ja Ja Und Um Um Das Das ist Das ist Das 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 E Musik W E W K Ein W E D D Ich lege die Zuhörer Die Franz und meine Das ist das Samstag Ich lege die Ich lege die Zuhörer Die Zuhörer Ich lege die Zuhörer Ich lege die Zuhörer Ich lege die Zuhörer Ich lege die Zuhörer Und die Zuhörer Ich lege die Zuhörer Das ist zurückgegangen, die Sandra und Spie haben ja gar nicht viel gehört, was ist schade. Und wie gesagt, sehen wir uns erst mal in dem nächsten Video, bis dahin, schauen wir weiter.